Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute geht es um was ganz Besonderes. Wie schon angekündigt in einem anderen Video geht es heute um einen PVC-Plotter. Der kommt von Vevo und den gucken wir uns nach dem Intro ganz genau an. Ja, wie ich euch schon vor kurzem in einem anderen Video angekündigt hatte, da ging es um eine Thermopresse, eine Thermotransferpresse 8 in 1 von Vevo. Wer das Video verpasst hat, dem habe ich es für unten auch nochmal verlinkt. Könnt ihr euch in Ergänzung hierzu auch nochmal anschauen. Werdet ihr aber im Verlauf dieses Videos auch nochmal sehen. Da hatte ich gesagt, ich lasse mir noch so einen PVC-Plotter zusenden von Vevo. Das ist jetzt geschehen. Mit diesem Plotter kann man einige Vinylfolien zuschneiden. Das kann man für Kartenmaterial verwenden, für Aufkleber, also für Sticker, die ihr produziert. Oder für Thermotransferdruck, sodass ihr dann auch Baumwoll-T-Shirts zum Beispiel bedrucken könnt. Teller können wir nachher mal ausprobieren. Tassen und solche Dinge kann man damit dann bedrucken. Und das wirklich vollformatig, weil wir hier wirklich eine riesige Druckfläche haben. Die technischen Daten könnt ihr euch alle angucken, wenn ihr unten der Verlinkung folgt. Dort könnt ihr euch dann auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Und wie gesagt, wenn ihr über so einen Plotter nachdenkt, dann denkt auch mal über so eine Transferpresse nach. Wie gesagt, ist alles unten auch nochmal verlinkt. Die Sachen werden dann auch sehr, sehr häufig zusammenverkauft. Und das passt dann auch wirklich hervorragend zusammen. Ja, das Paket ist jetzt hier schon mal riesig. Wiegt auch ungefähr 20 Kilo das Teil. Und wird auf einen Ständer montiert, der auch gleich mit dabei ist. Ich würde sagen, ich mache erstmal den Karton auf und wir gucken uns mal die Einzelteile an. Ja, so sieht das Gerät dann ausgepackt aus. Wir haben zum einen hier diesen Standfuß. Der ist in mehreren Paketen dann nochmal verpackt. Den baue ich dann auch gleich zusammen. Wir haben die Software SignMaster gleich mit dabei, womit ihr dann eigene Entwürfe so bereitstellen könnt, dass die dann eben ausgeplottert werden. Der Plotter als solcher sieht dann so aus. Ihr könnt da ganz normale Plotterfolien reinbringen oder Plotterrollen dann dranhängen. Die zieht er sich dann rein und kann die dann, ich glaube bis 72,5 cm breit, könnt ihr das Ganze dann ausplottern. Ihr habt hier oben noch ein Bedienfeld mit dran. Das ist also auch selten bei diesem Plottern. Bei manchen gibt es gar nichts. Das wird einfach nur über den Computer gesteuert. Dann haben wir hier noch weitere Software mit dabei. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung mit dabei. Kabelage ist hier mit dabei. Und wir haben hier einiges an Plotternadeln noch mit dabei. Die sind dann andersförmig eben abgestuft, sodass ihr dann verschiedene oder verschiedene mögliche Schnitte machen könnt. Dann sind einige Folien hier gleich mit dabei. Ich verlinke euch natürlich auch Zubehörfolien dann gleich mit unten, denn es gibt Thermotransferfolien, es gibt Flockfolien, es gibt ganz normale Aufkleberfolien und, und, und. Es gibt Transferfolien. Das ist hier eine, die mit dabei ist. Und wie gesagt, ihr habt hier gleich ein paar Rollen mit dabei. Und dann haben wir hier nochmal so ein, wie so ein Plottertisch ist das. Darauf wird dann letztendlich dann geschnitten. Wenn ihr kleine Vorlagen dafür habt zum Beispiel, dann könnt ihr das dafür nehmen. So sieht das Ganze dann übrigens aus. Das ist jetzt hier so eine Folie, die dann eben jetzt hier so als Aufkleber, sage ich mal, dient. Das gibt es dann natürlich dann auch so, dass ihr das dann auf diese Transferfolie hier bringt. Und dann das Ganze transferiert, zum Beispiel auf einen Teller oder so, sodass das hier wirklich alles an Ort und Stelle bleibt. Und es ist natürlich auch möglich, dass es solche Folien gibt, die dann das schon beinhalten. Das heißt, die Transferfolie da gleich mit inkludiert ist, sodass nur die oberste Schicht, sage ich mal, geschnitten wird. Und ihr das dann direkt transferieren könnt. Und deswegen guckt euch das mal an, was es da alles an Unterschieden gibt. Ich baue den jetzt erstmal so zusammen, dass wir hier ein Standgerät zusammengeschustert bekommen. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ja Leute, so sieht das Ganze dann zusammengebaut aus. Es ist ungefähr 1,06 Meter dann hoch, 1 Meter breit und etwa 60 Zentimeter tief. Nur, dass ihr da ungefähre Vorstellungen habt, wie viel Platz ihr euch da dann zurechtlegen müsstet. Und man kann das Ganze jetzt natürlich hier ganz einfach hin und her schieben. Die einzelnen Rollen haben noch Bremsen und hier hinten drauf sind sogar noch zwei Rollenhalter montiert, sodass man hier direkt die PVC-Rollen dann auch von hinten zuführen kann. Wie gesagt, ihr könnt auch einzelne Folien dann hineinschieben. Das funktioniert also auch. So kleine 30x30 Folien kann das Gerät natürlich auch verarbeiten. Ja, gehen wir mal weiter und installieren wir mal die Software. Ja, die Software nennt sich SignMaster. Die ist auch gleich mit dabei und zwar mit Seriennummer etc. Die steht dann drin, sodass das ein voll aktiviertes Produkt auch wird. Könnt euch das im Vorab auch schon mal runterladen und eine Testversion starten. Aber grundsätzlich ist, wie gesagt, die Lizenz dann auch mit dabei. Und das sieht dann so aus. Das ist wie so eine Arbeitsoberfläche, sag ich mal, wenn ihr schon meine Laser-Videos gesehen habt oder vielleicht selber einen Laser daheim habt, womit ihr irgendwie graviert. Dann ist das ähnlich aufgebaut, muss man wirklich sagen. Man kann jetzt auf die Arbeitsoberfläche auch einfach JPEG-Dateien, PNG-Dateien etc. alles reinziehen. Natürlich macht es mehr Sinn, gleich SVG-Dateien zu nehmen, die dann schon vektorisiert sind. Aber es gibt hier auch das Feature, das Ganze zu vektorisieren. Das werde ich jetzt mal machen, indem ich das Ganze hier einmal mit der rechten Maustaste anklicke. Dann gehen wir hier auf Bildoptionen und dann kann man hier sagen, einmal die Konturen schneiden. So, und dann sagen wir, er soll das einmal hier abfahren, das Ganze. Können dann noch verschiedene Pfade hier direkt wählen, dass wir sagen, ja, nur alles, was blau ist oder so, soll ausgeschnitten werden oder, oder, oder. Also diese Möglichkeiten habt ihr eben auch. Wenn ihr sagt, wir wollen alle Außenlinien haben, dann gehen wir unten einmal auf Spur. Und dann arbeitet das Programm. Das gibt es ja in Lightburn letztendlich auch so. Und dann kann ich sagen, das ist alles so, das ist alles super. Nehmen wir an und dann können wir hier unsere Datei dann wieder hin und her ziehen. Und dann ist das so, dass wir dann nur die Außenlinien dann geschnitten bekommen. So, wenn wir dann wieder das Auswahlwerkzeug nehmen, das heißt den kleinen Pfeil, dann können wir das auch trennen. Das, was er gerade hier ausgeschnitten hat oder umspurt hat, können wir von der Grafik selbst dann trennen. Und dann kann ich die jetzt hier auch entfernen. Dann haben wir ja hier, wie gesagt, nur noch unsere ausgeschnittenen Buchstaben. Ihr könnt natürlich auch direkt Textwerkzeug hier anwenden. Also das ist ja an der Seite dann auch möglich. Ihr könnt verschiedene Buchstaben auch ineinander verschmelzen. So zum Beispiel, wenn welche überlappen sollten, dann werden die ja doppelt geschnitten. Und dann kann es sein, dass aus dem E zum Beispiel ein Teil vom D noch rausgetrennt wird beim Verschmelzen. Dann ist es dann so, dann wird das zu einer Grafik und zu einer Fläche und dann werden da die Messer nur ein einziges Mal rumflitzen. Dann können wir hier oben einmal auf diese Klinge gehen und dann können wir hier unseren Drucker auswählen. Das ist der SK 720T. Und dann sehen wir auch schon, an welcher Stelle das Ganze gedruckt wird. Wir können das Ganze spiegeln, je nachdem, ob wir zum Beispiel eine T-Shirt-Folie erstellen wollen, die wir dann natürlich spiegelverkehrt aufbügeln, damit das dann wieder richtig rum angezeigt wird. Dann müssen wir einmal auf Spiegeln drücken. Ansonsten, wenn ich jetzt nur einen normalen Aufkleber machen möchte, den ich irgendwo auf ein Glas kleben möchte oder oder oder, dann können wir das so lassen, wie es ist. Und dann könnten wir das hier unten direkt zum Schneiden an den Plotter schicken. Das können wir jetzt natürlich noch nicht machen, denn wir müssen das Ganze natürlich noch vorbereiten. So, an der Rückseite des Plotters sind verschiedene, das sind solche Rollen, die sieht man dann von hier vorne. Die kann man dann verschieben, je nachdem, wie breit eure Folie ist, die ihr hier reinziehen möchtet. Hinten sind Rollenhalter drauf und dann können wir die Folie hier einmal hochziehen. So, wenn wir die Folie dann eingelegt haben, dann müssen wir hier diese Rollen einmal absenken. Das geht, indem wir das hier einmal so stellen an drei Positionen. Und dann ist das Ganze hier eingespannt. Und da ja unten drunter diese Metallrolle, wenn ihr euch am Anfang erinnert, hier sieht man sie noch, dann letztendlich zum Fördern das Ganze bringt, wird das dann von oben angepresst. Und so kann dann die Folie direkt durch den Drucker durchgeschoben werden. Jetzt müssen wir natürlich noch ein Messer einsetzen. Die Messer sind drei Stück, wie gesagt, gleich mit dabei. Und das macht ihr so, indem ihr dann hier in dieses Teil ein Messerchen einfach einsetzt. Das habe ich schon gemacht. So sieht das Ganze aus. Kann man jetzt gleich ein bisschen schlecht sehen. Aber das ist das Messerchen. Und eigentlich darf das hier jetzt gar nicht zu sehen sein. Ganz minimal, wenn ihr da ganz vorsichtig rüber streicht, muss es hier so ein bisschen am Finger dann so ein bisschen kratzen. Dann ist es richtig eingestellt. Ansonsten könnt ihr das hier mit der goldenen und mit dieser silbernen Schraube noch so ein bisschen justieren. Das kommt dann eben auf die Materialstärke an. Und dann könnt ihr das hier einsetzen. Und dann wird das hier nochmal einmal zugedreht, damit das Ganze gesichert ist. Und jetzt müsst ihr einfach ein bisschen mit eurem Material ausprobieren. Denn da man da wirklich Erfahrungswerte braucht, da kann man nicht unbedingt sagen, ja, das ist immer so. Oder wie auch immer, je nachdem, wie die Folie sich dann ausbreitet, welche Temperatur die Folie vielleicht auch hat und, und, und. Kann das müh alles abweichen. Und dann können die Schnitte schon durchgehen. Und wir wollen natürlich nur, dass das Oberflächenmaterial geschnitten wird. Das heißt in diesem Fall diese rote Klebefolie und die Trägerfolie, die da unten ist, natürlich nicht durchschnitten wird. Ansonsten würden ja die einzelnen Buchstaben gleich herausfallen zum Beispiel. Das können wir auch noch so ein bisschen über dieses Display steuern. Ihr seht, wir haben hier einmal eine Schnittgeschwindigkeit, die können wir einstellen. Und einmal einen Force, das heißt einen Druck, der eingestellt wird. Den habe ich jetzt tatsächlich nur auf 30 Gramm gestellt und die Geschwindigkeit auf 500 Millimeter. Das könnt ihr hier in den Settings ansonsten dann alles verändern, indem ihr dann hier zum Beispiel die Plus-Minus-Taste dann so ein bisschen drückt. Und ihr seht, dann kann man das Ganze hier einstellen. Lassen wir mal auf 480 oder 470 in dem Fall. Wenn ihr fertig seid mit den Settings, einfach wieder dann drauf drücken. Es gibt hier auch noch eine Test-Taste. Dann würde der Drucker einfach ein Quadrat ausschneiden. Und da könnt ihr dann schon sehen, ohne dass ihr da irgendwie was mit einem Computer verbindet oder so, ob ihr hier die richtigen Einstellungen dann schon getroffen habt. Ihr könnt jetzt auch sagen, über Origin, über die Origin-Taste könntet ihr dann diesen Kopf, diesen Plotterkopf dann irgendwo hin und her fahren. Und dann könntet ihr von da dann sagen, ab da ist mein Origin, also mein Ausgangspunkt zum Beispiel von hier. Und dann würde er von hier aus dann starten mit dem Plottern. Jetzt haben wir aber die Folie einfach so eingelegt und wir haben hier noch gar nichts drauf gebracht. Das heißt, wir können hier direkt am Anfang anfahren. Wir können das Ganze sogar über die Leaf-Taste, wenn wir die einmal drücken, dann nochmal so ein bisschen verstellen. Das heißt, wir können das Ganze nochmal so ein bisschen zurückfahren, so. Oder eben weiter rausfahren. Dafür könnt ihr dann diese Tasten, wie gesagt, nehmen, wenn ihr hier einmal auf Leaf drückt. Jetzt müssen wir natürlich Origin einmal sagen, dass das jetzt unser Ausgangspunkt sein soll. Und dann können wir schon loslegen. So, ich habe den Druckauftrag jetzt oder den Plotterauftrag einmal abgeschickt und das war es schon. Also wirklich wieder keine Raketenwissenschaft. Wirklich recht einfach, was hier bemängelt wird, dass hier die Folie, wenn die vorher lange auf Rolle war, sich hier so ein bisschen an diesem Maßstab oder an dieser Skala dann so ein bisschen festhängt. Das kann sein, so wie jetzt. Da müsste man vielleicht nochmal irgendwie eine Lösung für finden. Keine Ahnung, ob man das vielleicht nochmal abkleben kann mit irgendwas, dass das dann hier sich nicht so fängt. Das ist so das einzige Manko, was mir jetzt hier bei diesem Drucker aufgefallen ist, auch als ich andere Videos dazu schon geguckt habe. So, und das ist jetzt meine Folie. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber es ist komplett geschnitten. Und dazu benötigt ihr jetzt zum Beispiel ein Entgitterungswerkzeug, je nachdem wie filigran das ist. Es gibt so kleine Häkchen oder so kleine Messerchen oder so, womit man das Ganze dann abheben kann. Und dann könnt ihr entweder den Außenbereich abheben, wenn ihr dann nur die Buchstaben haben wollt. Oder ihr nehmt die Buchstaben eben raus und sagt, ne, ich möchte ja letztendlich das Ganze irgendwie als Sprühform nutzen. Manche nutzen das eben auch, um solche Vinylfolien auszuschneiden, wo sie dann hinterher mit irgendwelchen Sprayflaschen, Lacksprayflaschen oder irgendetwas dann anmarkern möchten, dass das dann eben das Innere hier, was wir dann rausgetrennt haben, ersetzt. Aber grundsätzlich müsst ihr eben aufpassen, dass das nicht durchgeschnitten wird, sondern nur die obere Folie dann eben sauber getrennt wird. Entgitterungswerkzeug etc. verlinke ich euch dann auch nochmal unten in der Videobeschreibung, denn da ist jetzt soweit nichts dabei. So, dann schaut mal, letztendlich funktioniert das allerdings auch so ganz einfach mit den Fingern, außer jetzt hier vom D, diesen Innenraum oder sowas. Da muss man sich dann so ein bisschen Mühe geben. Ich entgitterte das jetzt einfach mal weiter. Das geht natürlich jetzt mit einer Hand etwas schlecht, aber das funktioniert schon irgendwie. So, und das ist jetzt mein Ergebnis. Das wäre jetzt mein Aufkleber, den ich irgendwo drauf machen könnte. Natürlich sind die Buchstaben jetzt alle einzeln, also man kann das jetzt nicht einfach alles so abziehen, außer ihr verschmelzt das, wie gesagt, dann vorher alles oder macht noch irgendwelche Stege rein. Dann könnte das funktionieren, aber ansonsten, wenn ihr das sauber so transferieren wollt, zum Beispiel jetzt hier auf meinen Tisch oder sowas, dann solltet ihr diese Transferfolie nutzen. Die ist, wie gesagt, in einer Rolle dann auch mit dabei. Das ist so eine Klarsichtfolie, die wird einfach oben drüber geklebt, einmal festgerakelt. Und dann könnt ihr hier diese Buchstabenfolie dann komplett mit dieser Folie abziehen und dann übertragen an ein Fenster, an ein Auto, an keine Ahnung, wo drauf ihr das übertragen wollt. Und dann bleibt das auch wirklich alles so in Form, so wie das jetzt hier erstellt worden ist. Wenn ihr natürlich größere Teile haben wollt, ganze Fensteraufschriften oder vielleicht einen Anhänger beschriften wollt oder irgendwie sowas Anhängerplane, dann könnt ihr diese Folie auch über Lappen kleben. Dann gibt es auch eine Menge YouTube-Videos, die sich damit dann wirklich dann beschäftigen, wie das Ganze transferiert wird oder sowas. Also wenn ihr einen riesen langen, zwei Meter langen Schriftzug habt, dann kriegt ihr das auch mit dieser Folie hin, denn das kann man wie gesagt dann überkleben. Und das ist also auch gar kein Problem. Also wirklich super professionell das Ganze und so kann man eben dann seine eigenen Dinge, seine Logos und Bilder oder was ihr eben habt, dann auch so ausplottern. Wenn ihr mehrfarbig drucken wollt, dann müsstet ihr das Ganze jetzt nochmal versetzen oder eben, wenn ihr jetzt Dens in Blau haben wollt, Tool in Gelb und unten das Ganze in Rot oder so, dann müsst ihr das einfach einzeln in drei verschiedene Bildteile dann aufteilen und könnt dann entsprechend sagen, das soll jetzt erstmal geplottert werden, nur das Oberteil. Das zweite soll dann mit einer anderen Folie geplottert werden und so weiter. Ihr könnt auch übereinander plottern, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche Inlays habt, die jetzt hier in das D noch reinpassen würden, dann könnte man die dann nachträglich eben noch auf diesen Aufkleber auch nochmal draufdrucken, sodass das dann natürlich auch sich dann so einfügt und dann wird das wie gesagt ein einziger Aufkleber. So, jetzt schaut mal, ich habe jetzt hier so ein Stückchen von dieser Transferfolie abgeschnitten, habe das jetzt hier einmal festgedrückt und jetzt kann ich hier diese Trägerfolie entfernen und dann haben wir das hier tatsächlich auf unserer durchsichtigen Folie und so könnten wir das jetzt an ein Glas bringen oder an eine Tasse, das werde ich jetzt mal machen, ich habe hier eine Tasse bereitgestellt und dann sieht das jetzt so aus und jetzt kann man hier diese Folie natürlich auch schon wieder abziehen. Mal gucken, ob das jetzt mit einer Hand hier funktioniert und ansonsten müsste das eben nochmal festragen, aber ich denke, man kann hier sehr gut erkennen, dass das hier schon drauf bleibt. So, und das wäre jetzt schon die Tasse. Es ist jetzt natürlich noch nicht mit dem Material verbunden wie bei Sublimation. Wen Sublimation interessiert, dass die Tassen dann wirklich in, also die Aufschrift dann direkt hier in den Lack reingebrannt bzw. eingegast wird, der sollte meine anderen beiden Videos mal schauen zum Thema Sublimationsdruck, werde ich euch unten dann auf jeden Fall mal verlinken. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, tatsächlich solche Tassen dann zu beschriften, aber grundsätzlich sieht das jetzt auch erstmal schon gut aus. Ich werde jetzt auch diese Tasse dann nochmal in eine Heat-Transferpresse begeben oder reinstecken und dann werden wir mal gucken, ob das dann vielleicht noch dünner wird, das ganze Material, denn man merkt natürlich, wenn man jetzt hier drüber fährt, dass hier ein ganz kleiner Abstand ist und so wird das wahrscheinlich noch nicht unbedingt spülmaschinenfest sein, aber wenn man das jetzt noch mit Hitze dann nochmal mit dem Material, mit dem Trägermaterial verbindet, dann sollte das eigentlich auch spülmaschinenfest sein. So, jetzt probieren wir uns nochmal mit Thermotransferfolie für Textilien aus. Da habe ich hier so ein Set bestellt, da sind irgendwie, weiß ich, 48 Bögen oder was drin. Da ist es dann letztendlich so, dass wir eine glatte Oberfläche haben. Ich zeige euch das mal, mal gucken, ob das hier so funktioniert. Die hier unten, die spiegelt so ein bisschen. Die muss natürlich nach unten, das ist die Trägerfolie und hier oben drauf, das ist die Folie, die geschnitten werden soll. Und es ist dann natürlich so, dass ihr dann hier das Ganze gespiegelt drauf bringen müsst, aber das ist ja nur ein Klick in der Software und dann können wir das natürlich dann übertragen auf unser T-Shirt. So, entgittert sieht das Ganze dann so aus. Wie gesagt, Entgitterungswerkzeug müsst ihr euch auf jeden Fall noch dazu kaufen. Das kann ich nur empfehlen, weil alles mit einem Cuttermesser so rausholen, das ist nicht gerade einfach. Ja, und so rum wird das Ganze dann jetzt in eine Thermotransferpresse auf ein Baumwollstück zum Beispiel drauf gebügelt oder transferiert. Und der Name sagte schon, ihr könnt es eigentlich auch mit einem Bügeleisen machen, aber professioneller ist natürlich so eine Transferpresse. So, ich habe die Heat-Transferpresse jetzt hier einmal aufgestellt. Die soll jetzt auf 160 Grad vorgeheizt werden. Das steht bei den Folien meistens mit dabei. Ansonsten nehmt irgendwie so einen Mittelwert und 15 Sekunden soll das Ganze dann gepresst werden. Ich habe jetzt hier auch schon ein T-Shirt eingelegt. Das ist erstmal ein altes. Ihr solltet das natürlich auch erstmal machen. Ich habe das noch nie gemacht vorher, muss ich wirklich sagen. Und ihr solltet das dann auch erstmal bei irgendeinem alten T-Shirt probieren. Vorteil ist, bei diesen Vinylfolien geht auch reine Baumwolle. Das geht bei normalem Druck, also Sublimationsdruck, dann mit Sublimationstinte nicht. Aber ihr habt dann natürlich hier meistens solche einfarbigen Dinge, beziehungsweise müsst mehrfach dann eben rüberbügeln mit verschiedenen Folien etc. Und ansonsten geht das natürlich hier mit den Beschriften auch hervorragend. Es gibt auch sogenannte Flockfolien. Dann fühlt sich das Ganze noch ein bisschen samtiger an. So, wie das jetzt hier dann vorgeheizt ist, werde ich das Ganze hier mal pressen. So, dann wollen wir mal. Einmal runterpressen das Ganze. Man kann noch Backpapier dazwischen legen. Das funktioniert also auch. Jetzt warten wir hier 15 Sekunden. Ich bin gespannt, ob das Ganze dann jetzt was wird. Das geht jetzt hier wirklich schnell. Den Druck kann man auch einstellen. Wie gesagt, guckt euch das Video zu dieser Presse dann auch nochmal an. Das ist auf jeden Fall ganz interessant, auch wenn ihr nicht gleich diese Presse kaufen würdet. So Leute, jetzt ist das Ganze was geworden. Das ist also jetzt hier super fest. Und das ist natürlich auch dann waschbar und hält auch auf jeden Fall einige Waschgänge aus. Es gibt da Leute, die da sagen, die haben schon 10 Jahre irgendwie sowas aufgebügelt. Und das ist dann oder das hält dann schon ewig. Ihr könntet jetzt nochmal Backpapier drüberlegen und dann nochmal drüber bügeln, beziehungsweise nochmal drüber pressen. Dann hält das wahrscheinlich nochmal etwas besser. Denn dadurch, dass man jetzt diese Folie hier abzieht, kann das an einigen Stellen vielleicht nochmal sich etwas gelöst haben. Und die Folie ist ja auch recht dick und Backpapier ist dann wirklich sehr dünn und kann das Ganze an Hitze nochmal hier verteilen. Also das nochmal als Geheimtipp. Einfach nochmal mit Backpapier ein paar Sekunden drüber brutzeln. Dann wird das nochmal etwas haltbarer. So, dann wollen wir mal die Tasse brutzeln. Hier auch 160 Grad habe ich jetzt eingestellt. Und vor allen Dingen machen wir das Ganze dann 40 Sekunden lang. Einmal richtig schön pressen und dann hier den Timer starten. Und dann mal gucken, wie das wird. Währenddessen habe ich hier noch so ein weihnachtliches Motiv auf Goldfolie ausgeplottert. Da werde ich jetzt eine Transferfolie nochmal drüber ziehen und das Ganze dann auf einem Teller fixieren. Und dann gucken wir mal, ob wir das auch auf einen Teller gebrutzelt bekommen. So Leute, jetzt kommt ihr. So ein Weihnachtsteller kann man sich dann wirklich selber machen. Ihr könnt natürlich das Ganze größer drucken oder noch größere Teller nehmen. Sind ja einige Tellerpressen bei der Presse auch mit dabei. Oder ihr wollt einfach, dass ihr das dann irgendwann wieder abziehen könnt oder so. Dann könnt ihr das natürlich auch einfach so drauf kleben. Dann ohne Hitze arbeiten geht also dann auch. Wenn man sich jetzt so ein schönes Weihnachtstellerchen vielleicht zum Frühstück oder was an den Weihnachtstagen dann vorstellt. Da kann man schon ganz tolle Sachen mit machen. Ihr könnt das natürlich auch personalisieren, den Namen draufschreiben oder oder oder. Dafür gibt es dann auch, wie gesagt, spezielle Transferfolien speziell für Keramik. Und das hält dann auch wirklich. Also da habe ich jetzt auch Probleme, das mit dem Fingernagel abzubekommen. Also das wird auf jeden Fall auch im Geschirrspüler gar kein Problem darstellen. Ja Leute, jetzt haben wir hier wirklich in allerkürzester Zeit wieder einiges Kreatives geschaffen. Die Presse ist nicht unbedingt notwendig, hatte ich schon gesagt. Aber ihr könnt damit ganz tolle Ergebnisse logischerweise erzielen. Und in Kombination mit Sublimationstinte und einem Sublimationsdrucker könnt ihr da noch wesentlich mehr Kreativität herausholen, als nur mit so einem Plotter. Wobei man hier auch noch sagen muss, ihr könnt hiermit noch Silhouetten schneiden und Vorlagen schneiden und und und. Also ihr seid nicht unbedingt auf diese Klebefolien dann begrenzt, sondern ihr könnt da auch viel, viel mehr mitmachen. Es gibt natürlich auch so kleine Stifteinsätze, die man dafür nehmen kann. Theoretisch kann man dann auch Plakate mitdrucken oder, oder, oder. Das ist also auch alles mit so einem Gerät möglich. Software ist wie gesagt gleich mit dabei. Tassen könnt ihr machen. Ihr könnt theoretisch dann auch, ohne dass ihr da irgendwie Hitze ins Spiel bringt, das Ganze dann einfach so bekleben. Ihr könnt Schaufensteraufkleber machen. Ihr könnt generelle Aufkleber irgendwie herstellen. Und das wirklich mit Bravour und mit absoluter Professionalität. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von so einem Plotter haltet. Vielleicht habt ihr ja auch einen ähnlichen schon zu Hause. Dieser Plotter wird unwahrscheinlich viel verkauft. Also da gehen mehrere tausend Stück jedes Jahr alleine von Wevor raus. Den gibt es natürlich auch noch von anderen Marken. Aber ich habe ihn euch wie gesagt unten verlinkt. Da bekommt ihr auch noch einen Rabattcode angezeigt. Also wird es gleich nochmal ein paar Prozent günstiger. Guckt euch den tagesaktuellen Kaufpreis dann unten in der Verlinkung an. Ja, das soll es gewesen sein. Schreibt fleißig in die Kommentare. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glock hier. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.